Wer mit der Deutschen Telekom und der Barmenia unterwegs ist, profitiert gleich doppelt. Eine gemeinsame App bietet sowohl Komfort als auch Sicherheit. Da geht es ums Parken, Park & Joy. Das heißt, über die App kann ich einen Parkplatz suchen, finden und auch bezahlen. Und wir haben in diesem Prozess den einen Punkt mit da drin, dass wenn Sie über die Telekom einen Parkplatz gebucht haben, dass dieser Parkvorgang dann versichert ist gegen Parkschäden, Rempler, die Tür, die aufgeschlagen wird. Das heißt, mit der Telekom und dem Schutz habe ich halt den Vorteil, besonderes Parkernippen zu haben. Nicht die einzige App der Wuppertaler. Bereits seit zwei Jahren gibt es die Rechnungs-App. Damit fotografiert der Kunde seine Arztrechnung und teilt sie online mit seiner Versicherung. Der Prozess ist schlanker als sein Pendant aus der alten Papierwelt und frei von Medienbrüchen. Das Ding kommt digital ja an, kann je nachdem, wie einfach die Rechnung ist, sogar schon digital automatisiert, wir nennen es dunkel, verarbeitet werden. Andere Rechnungen werden auch geprüft, aber der Kunde hat im Stundenbereich, neun Stunden, zehn Stunden später, hat er die Meldung, die Rechnung ist erstattet worden. Und das ist so Digitalisierung, das ist Erfüllung von Kundenerwartungen. Heiko Scholz sieht einen Rollenwandel in der Versicherungswirtschaft. Weg vom reinen Rechnungserstatter hin zum Gesundheitsmanager. Die Triebfeder für Digitalisierung steckt für ihn aber nicht in der Industrie. So eine Digitalisierung ist etwas, was der Kunde mit uns macht. Das heißt, die Digitalisierung, wir haben auch Prozessoptimierung und solche Dinge, die spielen auch eine Rolle. Aber in erster Linie verstehen wir das, dass beim Kunden Digitalisierung stattfindet. Konkret meint Scholz smarte Technologie im Haus, Tracker und Fitnessarmbänder. All das schaffen die Kunden unabhängig von der Versicherung an. Und wir als Versicherungswirtschaft reagieren eigentlich nur darauf und müssen da die Schnittstelle zum Kunden, zum Beispiel das Device, finden. Und dann, das bedeutet dann für uns Digitalisierung, also eigentlich nichts anderes als Kundenerwartungen erfüllen. Und wer profitiert neben dem eigentlichen Versicherungskunden nun am meisten von der Digitalisierung? Das ist der indirekte Kunde, also der mit einem unserer Kunden einen Unfall hatte, der Anspruchsteller. Auch da wollen wir Erlebnisse schaffen, digitale Erlebnisse. Und das Dritte, das sind wir selber natürlich auch, das sind Prozessoptimierungen. Und bei Prozessoptimierung spielt es immer auch eine Rolle, dass wir zum Beispiel Papier vermeiden. Der Wuppertaler Versicherungskonzern hat nach den guten Erfahrungen mit Digitalisierungslösungen auch die Telemedizin bereits für sich entdeckt. Also ich selber, ich habe vier Kinder und dann ist so eine Situation, wir sind im Urlaub und dann ist irgendwas mit den Kindern. Im Urlaub haben die immer irgendwas. Vor allem beim Urlaub an weit entfernten Orten war die Sprachbarriere oft ein Problem. Nicht für Kunden der Barmenia. Die profitieren von der Medi-App. Ich nehme mein Handy und spreche per Videochat mit einem deutschen Arzt. Kann also nochmal die Symptome schildern, kann sagen, guck mal hier, das hat der Arzt mir verschrieben, passt das. Also ich kriege nochmal ein ganz gutes Gefühl. Der Manager hat ja keine Zeit, zum Arzt zu gehen. Für den ist es etwas. Was für viele noch nach Zukunftsmusik klingt, ist bei Heiko Scholz längst im Einsatz. Also dass wir Dinge, smarte Technologie nutzen, um zum Beispiel in ihrem Haus, ich stelle mir vor, dass das Sensorik eingebaut ist, die schon bevor das Wasser im Keller steigt, mir sagt, pass mal auf, hier ist ein erhöhter Feuchtigkeitsstand in der Wand, da passiert gerade irgendwas. Und wir dadurch Unfälle oder Schäden sogar verhindern und nicht nur darauf reduziert werden, Schäden zu bezahlen. Eine Versicherung, die nicht die negativen Folgen von Schäden abmildert, sondern Schäden gleich verhindert. So kann Digitalisierung die Welt verbessern.